Yo, moin Leute, herzlich willkommen zu einer Folge Fortnite. Wir spielen den neuen Modus und ich hab da nicht anmoderiert, weil das einfach eine Runde zwischendrin war. Deswegen wollte ich euch hier kurz Hi sagen. Hi Leute, viel Spaß mit der Folge und wenn es euch gefällt, lasst am Ende des Videos einen Daumen nach oben da. Ciao! Wir sind halt Duo gegen Squad, ist das immer, ne? Oder? Ja, Duo gegen Squad. Mann, ich hab ein paar schöne Hits verteilt mit dem Infrarotgewehr. Voll schade. Und ich mit der Maschine-Pistole hab auch noch einen gut gehittet. Und ich hatte halt Blowlife, das war halt ein Nachteil. Ständig Nachrichten, Alter. Ich weiß auch was. Auf Whatsapp? Ja. Wir haben auch jetzt schon jetzt die ganze Zeit aus der Klassengruppe Nachrichten. Weil sie alle Panik haben, dass die Schule wieder beginnt. Ja. Was für Bundesland bist du? Äh, Niedersachsen. Niedersachsen, okay. Weißt du, in Baden-Württemberg haben die Ferien erst begonnen. Ah. Und bei euch hört's schon wieder auf. Das ist so krass. Und jetzt ist es traurig. Zwei-Pistolen und ne Pumpgun. Wow. Ich hab grad auch absolut nichts geiles. Absoluten Bullshit. Hier ist nichts. Bau nochmal ein Trommelgewehr. Ich hab auf jeden Fall sechs kleine Schildtränke. Ich hab einen großen. Nice. Dann sparen wir mal kurz auf. Oh man. Wir wollen ein Sturmgewehr. Da hab ich auch schon zwei Stücke. Wollt grad sagen noch. Ja, ich hab das dritte gefunden. Mhm. Hey, ohne Witz. Bei mir funktioniert, by the way, dieses Bearbeiten nicht mehr. Oh, hier. Äh, die Schrot. Magst du die nehmen? Ich würd sie nehmen. Hier vorn, äh, liegt, äh, zwei kleine Schildtränke. Hast du 100 Schildtränke? Nice. Ey, wir müssen los. Scheiße, die Zone kommt ja. Fuck. Ja, ist ja zum Glück langsam. Ja, äh, trotzdem. Ey, ne, ich finde das... Oh Gott. Okay, das ist nervig. Gut, wir kommen daher. Da kannst du nicht chillen, ne? Und mal dich ausrüsten. Musst du dich, wenn du im äußeren Bereich landest, gleich sofort. Aber das Gute ist, das Gute ist aber, wir sind schneller als die Zone. Ja, das ist echt gut. Gucken wir trotzdem noch in dem Haus. Also ich gucke im Kellerhaus noch vorbei. Mhm. Noch einen großen Schilddrang für mich. Eine steiggedämpfte Pistole nämlich auch noch mit. Das ist jetzt die Graue. Hier ist auch noch eine Kiste. Ich habe noch einen großen Schilddrang. Nice, den können wir ja behalten, damit wir uns hinterher noch mal heilen können. Ja, so, du bist voll. Weiter laufen. Hier oben auf dem Haus ist auf jeden Fall noch ein Medikit, das habe ich vorhin gesehen. Ich gucke in die Garage noch. Das Medikit dabei. Hier ist so eine blaue, schallgedämpfte Maschinenpistole. Willst du die? Ja, die würde ich nehmen. Okay, warte. So. Hier. Und wieder weiter. Warte. Ach. I'm on the way. Wird gerne aber diese Waffe hier haben. Okay, leben noch 49. Theoretisch, wenn du in der Mitte bist, dann kannst du halt die ganze Zeit chillen und die ganzen anderen kannst du dann absnipen, wenn die reinkommen. Es gibt ja auch, es gibt ja auch AFK-Leveling. Echt? Man kann, wenn man in der Mitte ist von der Map, kann man den Abspringen direkt den Fallschirm öffnen, dann direkt auf den Baum gehen, sich dort vercampen und dann halt warten, dass er bestimmte Zeit ist und die Zone hat immer ein bisschen, hier ist eine goldene Diegel, also in Abkannung. Oh, da ist die nehme ich. Ich habe kein Material mehr. Doch, jetzt habe ich wieder welche. Oh, das ist eine meiner Lieblingswaffen, ne. Ich komme mit der echt gut klar. Ich habe da schon richtig geile Kills mitgemacht. Bei SO auf dem Berg, 150, auf dem Haus hat sich gerade einer verkeimt, bei Tilted. Okay. Hier ist noch eine Kiste, eine Pumpgun ist hier auch noch. So, Raketenkiste. Wie viele Materialien hast du? Ähm, warte kurz. Nicht genug, also unter 100, jetzt über 100. Dann kommen wir jetzt mal her und schleichen wir uns von hinten ran. Ich bin nämlich nur ein einziges Holz und mehr nicht. Was? Du hast ein einziges Holz? Warum? Ich müsste hier einen Baum abhören. Okay, jetzt reicht die vier Strukturen. Bist du mit den Waffen zufrieden? Ja, könnte besser sein. Ich hätte, wir könnten eine P90 haben, statt der blauen und ein blaues Trommelgewehr. Okay, was machen wir? Ignorieren oder ein Flussräumen? So, okay. Ja, dann lass, Schluss, oder? Man könnte aufpassen, dass er nicht weggeschneitzt werden. Doch, da vorne ist einer. Wo, wo? Da vorne bei S. Ich glaube, wir haben es gesehen. Wow, ja. Ja, er hat es gesehen. Ja, er hat es gesehen. Der war knapp daneben. Wo genau, wo genau ist er? Tiltet oben, wird auch gefeiert. Ich sehe ihn nicht. Weiß nicht, wo er ist. Ja. Äh. Wir müssen halt das Ziel für ihn. Wo? Wow. Hä, wo ist der? Da vorne im Busch. Bei 164 läuft er jetzt gerade. Da kommen zwei. Nicht nur zwei. What the fuck? Hab einen genockt. Hab auch einen genockt? Wo ist doch einer? Hinter dir? Den lasse ich mir jetzt. Jawoll. Da ist auf jeden Fall noch einer. Ich bin lowlife. Oh. Alter. Achtung, Achtung, da kommt er. Hab gekillt. Alter. What the fuck? Was war das für ein Gemetzle? Keine Ahnung. Alter. Ich habe nichts zum Healen. Oh, wir werden wieder gesnallt. Ich muss mich kurz zu hochhealen. Komm hier rein. Nimm deinen Medikit. Waffen nachladen. Alter. Zwo kommt zwar gerade, aber... Hast du einen oder zwei Kills? Ich habe einen. Okay. Du hast zwei. Pass auf, der eine steht da oben noch. Bei S. Bei SO. Einfach laufen. Einfach laufen. Warte. Ne, der steht hier. Fuck. Das baut nicht. Boah. Direkt vor mir auf dem Stein. Es. Die Zone kommt. Es. Feuer auf ihn. Einfach laufen. Fuck. Oh, komm. Helf mir hoch. Schnell. Der hat einen Medikit. Oh, leck. Ich habe noch 16 Leben. Oh mein Gott. Die Zone ist geschloss. Hast du einen Medikit? Nein. Dann pass auf. Nimmst du. Ich habe ein bisschen mehr Leben. Oh shit. Das war von mir absolut nicht gut. Ich habe nichts getroffen. Fuck. Dann sage ich, da ist noch ein Heildrang, aber egal. Ich habe noch acht kleine. Ich habe ihn nicht getroffen. Ich habe versucht mit der Diegel ihn zu treffen. Aber ich habe total verfehlt. Weißt du, davor. Er war ja zum Glück auf dich fokussiert. Ja übel. Warum eigentlich? Aber das war auch ein Battle Pass Level natürlich. Der hatte ja den Rakkarax, den genau wie ich. Ja, oder er hat ihn gekauft. Oh. Das würde ich mal eher schätzen. Okay. Willst du kurz dein Zeug nehmen und mir kurz die Tränke, in die Scheune, in die Scheune, oder? Das habe ich auch vor. Lass kurz da rein. Dann heilst du dich komplett voll und ich mache mich mit Schild noch voll. Shit. Danke. Boah. Mega spannend. Kannst du es wieder nehmen? Mhm. Jetzt müssten wir nur noch Verbände haben, aber haben wir leider nicht. Ne, hier drin liegt. Guck mal noch hier oben. Da oben ist gerade eben gebaut worden, auf dem Background. Na. Oh Gott, ey. Wir sollten im Schatten bleiben. Müsst noch aufpassen. Oh, die Zone. Ah, das sind halt nur noch vier Minuten, ne? Ja. Puh. Und es leben noch zwölf andere. Das heißt, es könnten drei andere Teams sein. Wenn wir das jetzt gewinnen sollten. Gut. Einer war auf dem Sturm auf was. Dann haben wir ein Duo im Squad gewonnen. Boah. Fuck. Ja, lass doch jetzt... Wir rennen jetzt wahrscheinlich voll in den Gemetzel rein. Also noch höre ich nichts. Ich sagte wahrscheinlich. Kann es sein, dass ihr gut welche campen? Von auf dem Berg sehe ich keinen, aber könnten halt welche sein. Ja. Einmal N-O, N-O glaube ich. Komm einfach. Ja, ja. Vom Berg. Oh, oh. Ist es auf uns? Nein. Sicher? Ja. Ja. Die sind da in der Feld. Komm, komm mal hier runter. Einfach. Auch unsichtbar machen und dann von hinten kommen. Dann hat man nicht mehr viel Munition. Ist das dummer. Was brauchst du? Was brauchst du? Kleine, wenn es geht. Kleine und oder mittlere. Weil mal mittlere kann ich dir geben. Und kleine auch. Aber gut. Alter. Das war echt ein krasser Fight, ne? Jep. Hier liegt noch Staff. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das geschafft habe. Wie viele Kills hast du? Drei. Drei? Okay, ich habe einen. Ich habe einen Kill. Das freut mich. Wir laufen wieder in die richtige Zone. Sollten wir weiter hier gehen. Das sind die halt auch, oder? So, ich habe gehört, das wird jetzt ein Rin. Hoffentlich. Ich bete. Mein erster Sieg in dieser Season. Hast du noch nie gesiegt? In dieser Season habe ich noch keinen Sieger rum. Also in 50 gegen 50. Komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Du laufst da im Berg. Beim Berg. Der Vorteil ist, dass wir schneller als die Zone sind. Das ist gut. Ich würde in die Scheune gehen. Ja, ja. Scheune. Oh, komm. Von dort noch irgendwo gegnern? Bandagen wären halt geil. Ich hätte gerne Bandagen. Guck mal, ob ich in meiner Haft sehe. Okay, meine Haft sieht aber nicht so aus. Fuck. Ja, okay. Lass mal kurz. Wir pausieren. Ja, auch nicht. Erleben noch sieben Stück. Holy shit! Noch fünf andere. Hätte ich jetzt halt einen Sniper. Eine gute. Dann werden wir ja noch einen Vorteil. Wir werden einfach rauslaufen. Warte mal. Was? Du rennst es einfach raus? Ja, das nächste Gebäude. Wir müssen weiter in die Zone. Das sind welche bei NO. Bei NO? Die battlen grad. Würde ich längst liegen lassen erstmal. Ja, ja. Wieder in die nächste. Wow. Das ist was für... Lass mal... Alter! Da geht es übel ab. Ich weiß auch nicht, dass von der Richtung... Von der Richtung kommen keiner. Mh. Wir hätten bei uns so. Wir hätten sich nicht anschleißen. Du... Alter, was machst du? Das sind aber noch andere irgendwo... Okay, jetzt zwei? Ja, das sind nur zwei. Das sind... Fuck! Fuck! Deswegen hätte ich das nicht gemacht! Fuck! Fuck! Deswegen wäre ich nicht da reingerannt. Wow. Ja, und dann? Ah, der Play ist ein Fein. Das war ich. Ach so. Fuck! Oh nein, Mann! Ah, schade. Platz vier. Ah! Du hättest doch nicht einfach reinrennen dürfen. Das habe ich nämlich gewusst. Wenn du in die Mitte rennst, kommt die von überall. Jetzt sind nur noch... Jetzt sind nur noch zwei über. Und die kämpfen auch noch gegeneinander. Oh! Schade Schokolade. Na ja, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein! Und tschüss! Ciao! Vielen Dank für's Zuschauen! Tschüss! Peace! Dann甚ich sein kurzer